guten morgen ihr lieben heute ist mittwoch es ist jetzt zehn nach neun die kinder sind im kindergarten und ich sitze hier am esstisch habe gerade gefrühstückt und ich dachte mir ich nehme euch heute mal wieder mit durch meinen alltag die kinder sind wieder im kindergarten in der kita seit ende april genauer gesagt seit dem 27 april genau seit dem 20 april um die kit ist ja hier wieder geöffnet unter bestimmten auflagen also das hat sich jetzt im kita alltag ein bisschen was geändert aber wir hatten die kinder noch eine woche länger zu hause bei johnti noch geburtstag hatte und deswegen erste 27 ist aber egal auf jeden fall haben die kitas wieder auf das leben geht wird der c immer normaler so nach diesem ganzen krone kram hier ist auch keine masken pflicht dass wir eine ohne maske rum letztens waren wir beim friseur und auch da hat keiner eine maske getragen ich glaube ich habe hier bisher ein oder zwei personen gesehen die hier mal mit maske rumgerannt sind aber ich glaube einfach aus dem grund weil sie sich ja selber schützen wollten die grenzen sind ja immer noch dicht da fragen sich wahrscheinlich einige von euch auch wann ja wann ja nicht mal wieder nach norwegen kommen könnt oder wann ihr vielleicht urlaub in norwegen machen könnt gibt sicherlich eine einige unter euch die gerne im sommer nach norwegen gekommen wären das ist soweit das jetzt ja soweit ich das jetzt voraussagen kann was ich ja nicht kann aber es sieht also aus wenn die grenzen im sommer noch dicht und das kommt jetzt hier eigentlich keiner rein es sei denn man hat hier ein ehepartner hier norwegen lebend oder einen partner sozusagen mit dem man zusammen vorher zusammen gelebt hat und den man hier besuchen will keine ahnung also das ist halt möglich so aber für touristen sind die grenzen noch komplett dicht obwohl ich jetzt gehört habe dass die leute die hier in norwegen eine hütte besitzen oder ein eigentum haben also eine immobilie besitzen auch die möglichkeit haben nach norwegen einzureisen genau das habe ich raus gehört ja das ganz kurz zu corona das thema will ich ganz schnell abschließen ich kann es nämlich einfach nicht mehr hören heute ist wunderschönes wetter ich stehe jetzt für zwei wochen jeden tag um viertel nach fünf auf ich habe gestern mit angefangen heute ist tag nummer zwei nein quatsch montag habe ich damit angefangen heute ist tag nummer drei fünf uhr fünfzehn aufstehen ich könnte auch direkt um fünf aufstehen aber fünf uhr fünfzehn ist irgendwie eine schöne zeit und dann stehe ich auf mache yoga mache eine meditation setze mich hin und schreibe in mein buch ein bisschen meine gedanken ein bisschen was geplant ist to do's und so weiter und so fort dann ziehe ich mich in ruhe an dann höre ich vielleicht noch ein podcast und dann machen die kinder irgendwann auf und ich bin dann schon fertig und richtig wach und das ist richtig richtig toll und ich bin eigentlich jemand ich hasse es früh aufzustehen ich habe das früher schon gehasst im frühdienst aber die liebe annika von dem kanal pipa pippo hat mich ein bisschen dazu inspiriert und sie hat das tatsächlich auch übernommen oder sie wurde auch geinfluenced sozusagen von einer anderen instagrammerin ich weiß jetzt gar nicht genau wie die heißt doch lovely nature glaube ich und die steht nämlich auch mal so früh auf und ich lasse mich immer schnell inspirieren von solchen sachen und ich hinterfrage natürlich auch warum steht man so früh auf bitte aber es macht für mich total viel sinn und da ich mich ja schon länger mit yoga und meditation befasse und ich eigentlich am tag meistens keine zeit dafür finde und morgens ist eigentlich eher so ist es die kinder aufwachen und dann geschrei und dann wacht man auf und so irgendwie noch völlig nicht fit und nicht klar irgendwie die kinder zu händeln so war das bei mir immer macht es für mich total sinn früh aufzustehen und einfach ganz entspannt in den tag zu starten und einfach mal eine stunde lang nur für sich zu haben und ich habe mir echt gedacht das wird bestimmt schwierig wenn ich den wecker jetzt auch viertel nach fünf stelle aber ich habe mich selber ein bisschen gewundert oder ich bin eigentlich immer noch verwundert dass das so einfach ist der wecker klingelt und ich stehe sofort auf weil ich einfach merke ich stehe auf nicht weil ich zur arbeit muss das ist natürlich was ganz anderes in der wecker klingelt und ich weiß ich muss zur arbeit sondern ich stehe auf und ich weiß ich mache jetzt was für mich und das ist meine motivation und das tut mir sehr sehr gut mal sehen ich habe jetzt gesagt das ist eine testphase 14 tage will ich das jetzt durchziehen mal gucken wie das so klappt und ob ich nach einer woche immer noch so motiviert bin bin wir werden sehen auf jeden fall gesagt ist jetzt zwei wochen durch so heute ist mittwoch ich habe heute noch norwegisch unterricht ich unterrichte eine schülerin um zehn uhr das heißt in der dreiviertel stunde also ich habe noch ein bisschen zeit und danach muss ich noch ein bisschen was tun und ihr kommt einfach mit genau so bis später so ich bin jetzt fertig mit mit dem unterrichten ich hatte heute eine schülerin und das hat sehr viel spaß gemacht und jetzt wie gesagt bin ich fertig und jetzt habe ich ein paar andere sachen noch auf der liste und stehe ich gerade in johann dies zimmer und das hier was alles auf dieser kommode steht das ist ja unser kleiderschrank in anführungszeichen und der kleider kommode wo alle unsere sachen drin sind und da stehen so viele sachen drauf die alle weg sollen weg müssen also es gibt sachen die ich verkaufen möchte ich glaube das sind die beiden ja und das sind so sachen die ich weg haben möchte erledigen erledigen möchte erledigt haben möchte so ich muss es ja leider selber in die hand nehmen hier habe ich noch eine alte hose von frida hier ich will mich gar nicht umdrehen die kommode des grauens das ist auch eine kommode wo eigentlich und die sachen drin sind kleider also kleiderschrank die habe ich aber umdisponiert die liegen jetzt woanders und diese kommode soll ins esszimmer und dafür muss dieser ganze scheiß da jetzt mal runter aber eigentlich dachte ich mir ich gehe zuerst zu fretex also zum fretex container mit den tüten also mit den klamotten die ich nicht verkaufen will sondern einfach so einzelne teile die ich spenden will das ist auf jeden fall das was ich heute machen will oder wollte ich frage ob ich es alles schaffe es ist eigentlich nicht so viel ich platziere euch mal ganz kurz hier so ha so geht es ganz gut also das ist eine tüte nur mit klamotten ich das hier mal unternehmen dann haben wir das regal auch schon mal frei stars das müll man es ist chaotisch hier schon wieder bei uns ok definitiv ist es zeit da mal durch zu gucken definitiv aber bevor ich das durch gucke gehe ich zum container so und ihr könnt mitkommen diese zwei tüten und die muss ich aber auch morgen weg bringen dann direkt zu fretex in den laden weil die nehmen immer so sachen gern entgegen die die man nicht mehr braucht also das ist ja eine eine spende und die nehmen sie ja wie gesagt gerne entgegen hier ist noch mehr drei tüten ein kras noch eine alte fange ich muss aber auch morgen dann weg bringen das muss ich mich jetzt echt zu zwingen morgen hinzufahren weil wir am wochenende nämlich wegfahren und zwar in die telemark und da darf das nicht im auto sein mal den platz brauchen wir für decken und ich neige nämlich immer ganz stark dazu mir sachen vorzunehmen sie aufzuschreiben auf meiner to do liste und sie dann nicht zu machen und dafür andere sachen zu machen die weniger wichtig sind ich weiß nicht wie ihr das so macht aber wenn ich das haus verlasse und nur kurz mal um die ecke zu gehen also ich glaube jetzt hier vielleicht fünf minuten oder so zum container habe ich jetzt die tür nicht abgeschlossen stehen ja auch so ein bisschen für uns alleine wir wollen jetzt ja nicht dicht an dicht aber wie macht ihr das schließt ihr für so kleine wege die 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 tür ab oder lasst ihr die auch eher offen ja in der stadt ist wahrscheinlich ihr könnt ihr mir das ja ihr könnt mir das ja mal in die kommentare schreiben in der stadt wird wahrscheinlich eher die tür abschließen als auf dem land denke ich mal so ich mach mich jetzt mal auf den weg und wieder zurück ich weiß nicht ob man es lesen kann aber ich finde dieses werbeschild aber sehr sehr schön hier werden reihenhäuser gebaut steht steht ha de ploss till mange barn mit einem pärchen was im bett liegt ja das gefühl dass damals so der norwegische humor dann wieder durch kommt also ist lustig so jetzt geht es wieder nach hause ich glaube ich muss noch was zu essen machen ich habe irgendwie hunger also ja jetzt steht die komode an ich habe keinen bock ich habe sowas von kein bock ich sehe auch die wäsche da noch die da muss aufgehangen werden und die da hinten muss abgenommen werden ich habe keine lust und ich muss auch noch kochen und ich muss auch noch die kind abholen heute das heißt ich wollte jetzt gerade sagen ich lasse mit der wäsche aber ich glaube ich sollte jetzt einfach mal anfangen schaffe ich es auch motivation so bist du ich bin so schlau und räume die kommode nicht aus ja jetzt hier ausgeräumt erst wahrscheinlich einfacher so das regal habe ich hier abgeschraubt und da jetzt hingeschoben das werde ich wahrscheinlich reinstellen bei finn zu verschenken und jetzt kommt ja sieht scheiße aus aber gut durch der regal war schöner ist ein bisschen schmaler war und so aber das ding hier ist kaputt und wir haben ganz großen teil der bücher aussortiert wir einfach nie wieder reingucken wir wollen uns nicht so zumüllen es nervt so ein bisschen und diese kommode und hat ja nicht so viele klamotten habe ich jetzt umdisponiert und hier habe ich jetzt frieders bastel sachen drin aber sie immer bastelt und das ist eigentlich besser dass hier in so einer kommode zu haben ach so schlecht ist das nicht ich werde mich dran gewöhnt wir haben ja übrigens den tisch hier umgestellt der stand ja aber das ist ja jetzt alles von dem bücherregal der stand ja normalerweise so ein bisschen anders das stand ja so und ich glaube den tisch kennt ihr auch noch gar nicht so wirklich wir hatten davor ja einen anderen was auch schon wie lange her aber ich habe so lange keine haustour mehr gemacht auf jeden fall haben wir diesen tisch einfach mal so umgestellt und das ist einfach viel viel schöner wir haben irgendwie gefühlt mehr licht wir können besser raus gucken und man kommt da besser an den tisch also sich besser hinsetzen weil so vorher war der tisch so steil war das hat immer so blöd mit den stühlen dahinter und so also ja viel besser natürlich und ja vielleicht soll man da noch kann man auch ein bild hängen ja das werden wir definitiv und da oder ein bücherregal darüber vielleicht ja mal sehen auf jeden fall bin ich extrem froh stolz dass ich das endlich mal gemacht habe und es geschafft habe ja ich frage mich gerade was ich jetzt mit den büchern machen soll könnte hier rauf stellen erstmal kim kriegt bestimmt eine krise wenn er nach hause kommt ja dann hat es schon wieder lange weile so ihr seht bin ich fleißig ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen hingelegt ganz ganz kurz nur einfach mal ganz kurz eine pause zu machen weil ich hier die ganze zeit rumwusel und haushalt habe ich bisher noch gar nichts gemacht außer ein bisschen gesaugt hier und da wäsche muss ich noch aufhängen tischmaschine muss ich ausräumen ich muss eigentlich dringend mal wieder unsere bettwäsche waschen aber das verschiebe ich auf einen anderen tag weil heute mein to do war die kommode umzuräumen umzustellen und das habe ich auf jeden fall geschafft und deswegen bin ich ganz froh dass das gemacht ist und das wollte ich ja schon lange eigentlich gemacht haben und jetzt ist es erledigt halleluja jetzt wo ich gerade die pause mache dachte ich mir ich kann ja noch mal ganz kurz was erzählen zu meinem beruflichen vorhaben ihr wisst es ja schon ich habe das ja auch schon es gab ja letztes jahr ein video dazu eine kleine ankündigung dass ich jetzt eine website habe und dass ich norwegisch unterrichte und helfe beim auswandern und das biete ich immer noch an nicht dass jetzt denkt sie macht das nicht mehr doch aber ich bin jetzt gerade dabei da ein bisschen voranzukommen beziehungsweise mir ein anderes konzept zu überlegen wie ich das besser aufziehen kann und mehr zeit dann auch habe ich das so ausdrücken also es geht einfach darum dass ich nicht gedacht hätte dass ja das so gut bei euch ankommt und es sind einfach sehr 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 viele anfragen gekommen bezüglich norwegisch kurs ich habe zurzeit vier schüler die ich unterrichte im also einzelnen einzelunterricht eins zu eins über skype und das macht mir mega viel spaß ich gehe da voll drin auf es schockt halt echt wirklich und mein kleines problem ist einfach dass ich eine mittlerweile schon eine recht lange warteliste habe an leuten die gerne ja die gerne bei mir norwegisch unterricht nehmen würden und ich krieg dir einfach nicht unter die nachfrage ist also ziemlich groß und ich muss jetzt zusehen dass ich mir einfach irgendwie was überlegen konzept überlegen dass ich auch alle leute in die rein kriege nach und nach und ich freue mich darauf mich dem ganzen noch mehr zu widmen und ich hoffe ja dass ich irgendwann davon leben kann und nicht mehr arbeiten gehen brauche sondern das mache worauf ich halt richtig bock habe und es ist das hier also nicht nur youtube und insta sondern halt einfach auch norwegisch unterrichten und euch helfen die ersten schritte hier norwegen zu gehen für die leute die halt hierher kommen wollen ja das war das wort zum sonntag und ich mache die kamera mal kurz aus ruhig wirklich mal fünf minuten aus und dann werde ich was kochen ich zeige euch nachher auch noch kurz was und danach muss ich schon die kinder abholen und dann ist hier wieder wusel wusel angesagt jetzt wird gekocht und getanzt so sieht jetzt das mehr oder weniger endergebnis aus es war jetzt noch nicht im backofen aber damit warte ich noch bis ich die kinder abgeholt habe genau also das essen ist jetzt fertig vorbereitet ich falls in den kindergarten hole die kinder ab und dann werde ich das hier in den ofen schieben und dann darf es noch mal 35 minuten ungefähr brutzeln braten backen wie auch immer kochen und ich dachte mir vielleicht seid ihr auch interessiert interessiert an dem rezept deswegen habe ich gerade noch liegen wir haben ja so schöne essenskarten gemacht wo wir jede woche uns aussuchen was wir essen wollen und danach noch einkaufen ich hatte das ja schon mal gemacht und dann hatte ich eine zeit lang das wieder nicht gemacht und jetzt habe ich aber so ein bisschen so rezeptkarten gemacht dass ich auch aufgeschrieben habe Nudelauflauf was was ich da benutze brauche und das dann auch dementsprechend dann einkaufe wenn wir jetzt sagen wir wollen diese Woche Nudelauflauf essen dann weiß ich genau was ich dann auf die einkaufsliste packen muss also ich habe hier Nudeln die kocht ihr vor ich habe eine Zwiebel da mit drin eigentlich TK Spinat den pack ich da mit rauf und dann ja zerläuft er dann beim Backofen jetzt hatte ich aber nur frischen Spinat was ja eigentlich auch ganz cool ist Cherry Tomaten Paprika ich esse ja vegan deswegen habe ich hier Sojasahne oder Haversahne dann Brühe also die soll eigentlich im Prinzip eine Müsli-Schale voll werden und zwar mit Sahne und Brühe und Knoblauch gehört eigentlich auch noch mit rein und oben drauf kommen dann Cashews eingeweicht 100 Gramm in Wasser eingeweicht dann mit Hefeflocken Knoblauch und ein bisschen Kalanamak und halt würzen wie man möchte ja einfach Nudeln kochen die kommen dann da rein dann kommt das Gummis oben drauf und dann kommt die Soße darüber und dann am Ende halt diese Cashew dieser Cashew Käse genau das Rezept ist übrigens das habe ich mir nicht selber ausgedacht sondern das ist von der lieben Charlotte Weise der ich folge die hat auch im YouTube Kanal und auch bei Instagram und die ist die finde ich sehr sehr inspirierend und das hatte sie mal in einer Story bei sich gepostet und das klang einfach so lecker dass ich das einfach mal nachgekocht habe und es ist einfach wirklich mega lecker deswegen liebe Charlotte vielen Dank für diese Inspiration ich bin fertig und jetzt werde ich mal die Kinder abholen glaube ich den Haushalt mache ich dann nachher so ein bisschen mit den Kindern zusammen oder wenn die Kinder im Bett sind dass ich zumindest noch mal den Geschirrspülmaschine ausräume und die Wäsche noch aufhänge wäre ja ganz schön wenn das noch irgendwie gemacht ist vor morgen genau so esse ich mich mal an und dann geht's los wow Wahnsinn äh drinnen merkt man das gar nicht so aber das sind über 20 Grad heute hey okay hier im Auto merkt man dass es 20 Grad sind das ist ziemlich stickig gut ähm ich habe gerade überlegt noch weiter zu vloggen aber ich glaube das ist wird schwierig wenn die Kinder im Haus sind und ich würde nämlich auch immer gerne dann komplett den Kindern und meiner Familie wenn alle im Haus sind deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag ich kriege keine Luft weil es hier drin so warm ist Och ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend je nachdem wann ihr dieses Video guckt das sage ich ja glaube ich immer ne als Verabschiedung und ähm dann sehen wir uns im nächsten Video also bis dann Tschüss wackel wackel Tschüss